Ab in die Highlands. Aus dem Scherifers heute ein 15-jähriger Glenn Gehry. Viel Spaß. Tachchen, Tachchen. Hi. Ja. Wir hatten vor kurzem, wir blenden es euch am Ende auch nochmal ein, ein Video zum Glendronach 18. Und da gab es Feedback von eurer Seite aus. Und zwar nicht zu knapp, weil, das war uns schon klar, der kam nicht so ganz gut bei uns beiden. Da waren wir auch sehr überrascht. Und wir haben von mehreren Leuten von euch gerade bei YouTube in den Kommentaren gehört, ihr müsst unbedingt mal den Glenn Gehry 15 probieren. Und dann machen wir das natürlich. Das ist doch keine Frage. Da ist er. Natürlich nicht so ganz vergleichbar, um gleich mal zu den Eckdaten zu kommen. Wir haben hier einen Glendry Oloroso Fass, aber halt vor allen Dingen 53,7% in der Fassstärke. Das hat er den Glendronach schon mal voraus. Das heißt, wir können es nicht so hundertprozentig vergleichen. Aber wir dachten uns, wenn ihr uns den schon so sehr ans Herz legt und vor allen Dingen, wenn es das Gerücht gibt, dass es den demnächst gar nicht mehr gibt, packen wir den doch mal schnell ins Video. Ich bin wahnsinnig neugierig. Also 15 Jahre reine Scherrilagerung und das Ganze dann fast stark nicht gefärbt und gefiltert. Soweit man hört. Das sind schöne Eckdaten. Sieht wahnsinnig gut aus. Und ja, es wird Zeit, diese Flasche dann jetzt gleich mal aufzureißen. Schönes Ding. Absolut. Ich finde uns auch die Box irgendwie total cool. Also sehr klassisch gemacht. Mit dieser Tweet-Optik ein bisschen. Sehr, sehr klassisch und schön. Ich habe dir wehgetan. Du hast dir wehgetan? Aua, Aua. Aua, Aua, Aua. Mit Blut? Ne, ohne Blut. Nur Aua, Aua. Dann zählt es nicht. Hast du irgendwelche Erfahrungen mit der Brennerei? Wir hatten bisher noch keinen im Video, keinen Glangyrie. Ich wollte gerade sagen, vor der Silent Corken dachte ich erst, wenn man die so rauskriegt, dann ist das ganz so räuschlos weg. So, so Kaffee auch rum. Schöner, massiver Korken, Holz. Sieht gut aus. Ich bin echt super gespannt. Ich glaube, es ist auch das erste Mal, dass wir den Whisky so sehr empfangen. und das dann noch als Reaktion auf ein Video. Da waren ja die Meinungen quasi einheitlich. Ich weiß nicht, wie oft der Name da gefallen ist. Dass das Ding hier ein Knaller sein soll. Und ja, davon versuchen wir uns jetzt mal zu überzeugen, ob ihr uns einen guten Tipp gegeben habt. Schön dunkel ist er. Ja. Das muss man schon mal sagen. Geht so ein bisschen ins Rötliche auch ganz deutlich. Ja. Ja, es hat eine Scherdybumbe, ne? Aber hallo, ja. Der schiebt gut rein. Und was ich ganz leicht bei dem habe, was mich wieder ein bisschen überraschen lässt, dass er uns dann doch so oft empfohlen wurde. Der hat diesen, war ja gerade Silvester. Dieses, wenn du so rausgehst und die Luft riecht so nach diesem, nach Zündschnüren und so weiter. Dieser leichtes Schwefelgeruch und so weiter. Den habe ich gerade ganz leicht in der Nase gehabt. Ja, auf jeden Fall. Hast du recht. Das ist super schwer. Also richtig intensiv. Drückt auch richtig ordentlich rein. Das ist jetzt halt nicht irgendwie so ein leichter, nussiger, bisschen fruchtiger... Genau. Also da würde ich jetzt tatsächlich sogar sagen... Boah, ich glaube nach dem geht nicht mehr viel. Das ist wahnsinnig intensiv. Also ich vermute mal, wenn ich es dann rieche, der wird richtig zugreifen im Mund. Und wird wahrscheinlich so ein bisschen bitter sein auch. Genau, also 53,7%. Ich weiß nicht, ob wir die gesagt haben. Wir hatten auch noch eine Fassstärke gesagt. 53,7% sind es. Also ich muss halt wirklich so an leicht bittere Kaffeenoten denken. Dunkle Schokolade. Ganz klasse Schokolade. Das ist gar nicht so vordergründig fruchtig oder süß. Genau, das ist das, was ich vorhin auch schon mal ganz kurz sagen wollte und abgebrochen habe. Natürlich habe ich jetzt immer den Glendronach so ein bisschen im Kopf, weil deswegen haben wir den gerade eigentlich nur im Glas, wie so ein Glendronach-Review. Das fruchtige hast du definitiv mehr beim Glendronach gehabt. Der ist wesentlich lieblicher. Das muss man schon sagen. Auch da natürlich wieder der Vergleich. Der Glendronach war zu dem Zeitpunkt schon knapp zwei Wochen offen oder so. Also nicht so viel, um viel wegzunehmen. Den haben wir gerade frisch aufgerissen. Keine Ahnung, wie der sich entwickelt, wenn er eine Weile offen dasteht. Aber grundsätzlich schon wegen dem mehr Volumenprozent schiebt der richtig gut. Wie gesagt, sehr schwer. Kaffee stimmt. Kaffee sehe ich auch. Und dann so dunkles Trockenobst. So vielleicht ein kleines bisschen Pflaume oder sowas. Hoppala. Ja, wie beim Video zum besagten Glendronach-Review, den wir das hier nur machen, haben wir eine kleine Videoparte gehabt. Diesmal war es nicht der Akku. Diesmal war die Speicherkarte voll. Man lernt nicht aus. So, wo waren wir gerade? Trockenobst, habe ich gesagt. Du hast ein bisschen Pflaume erzählt. Ich habe dir beim Kaffee zugestimmt, genau. Ich glaube, wir waren uns einig, dass die Nase mega geil ist und dass er richtig schiebt und sehr, sehr lecker ist. Ja, also dieses dunkle Trockenobst da drin, aber dann halt auch wirklich dieses Schweflige, was er hat, gefällt gut. Ja, wahnsinnig intensive Angelegenheit. Ja. Wahrscheinlich wirklich nichts für Anfänger, aber wenn man halt Shellifas mag und es auch gerne mal ein bisschen doller sein kann, ein Stück mehr so, aber eine super doll Empfehlung. Kriegt so eine schöne, zimtige Schärferei, die ich sehr geil finde. Dieses Mokka-Schokoladen-Ding wird ein bisschen mehr am Gaumen. Ja. Hat auch da halt richtig Kraft, richtig Platz. Und ja, dunkles, dunkles der Obst, finde ich. Datteln, Pflaumen, sowas in der Richtung. Und nach wie vor so ein schöner, starker Espresso, so der, der kommt da auch durch. Also das ist eine richtig dunkle Rüstung. Ah, gefällt echt gut. Beute Schema, komplett getroffen. Also die Fassstärke kommt gut, ist nicht zu viel. Also im Vergleich zu dem Glendronach 18, schwierig. Aber ich kann mich an einen Kommentar erinnern, der hieß, glaube ich, auch so, wenn euch der Glendronach ein bisschen zu seicht ist oder so, dann probiert mal diesen. Und das kann man wirklich sagen, also seicht ist der nun wirklich absolut nicht. Also wie gesagt, den Vergleich kann man nicht anstellen. Also es wäre jetzt unfair, den Glendronach 18 mit einem Fassstarken, mit der Fassstärke hier wirklich exakt vergleichen zu wollen. Auch wenn die sonstigen Eckdaten natürlich sehr ähnlich sind. Aber wenn ich jetzt wirklich einfach mal sage, was gefällt mir besser, ist es definitiv der. Aber wie gesagt, der Glendronach hat halt auch bei uns leider nicht so gut abgeschnitten. Und wir müssen auch irgendwann nochmal probieren, weil wir waren selbst immer noch verwundert. Ich war selbst so überrascht und wir haben es auch in euren Reaktionen gemerkt. Wir werden den in ein paar Monaten auf jeden Fall nochmal, wir werden versuchen, das gleiche Batch vielleicht sogar mal mit einem aktuellen Batch zu vergleichen. Aber hat hiermit nichts zu tun. Der gefällt uns, glaube ich, bei einem richtig geil. Also der bleibt auch schön lang gerade. Ich habe den auch immer noch irgendwie da. Ich merke den. Und diese leichte Schwefelnote, die, wie gesagt, was ich vorhin meinte, was man immer noch so von Silvester so ein bisschen kennt, so abgebrannte Knallerluten und alles sowas. Das bleibt da genauso wie dieses leicht Bittere und dieses Geröstete. Also Rösterrum hat es halt tatsächlich auch irgendwie jede Menge. Das ist echt ein schöner, schöner Sherry-Fass-Wisky. Vielen, vielen lieben Dank für die Empfehlung an euch. Also großartiges Ding. Ich glaube, den hätten wir so ansonsten nicht so wahnsinnig schnell entdeckt. Garantiert nicht. Hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Was kostet der jetzt so? 70 Euro so in dem Dreh? Würde ich jetzt sagen, in dem Bereich müsste der sich drehen. Und das kann man auch machen. Ja. Das kann man auch. Also wenn man schön intensive Sherry-Fass-Geschichten mag, dann ist das nicht zu viel Geld. Dann ist das ein sehr fairer Preis für eine Verstärke mit Altersangaben und allem drum und dran. Also kostet weniger als der Glendro nach 18. Jetzt haben wir wieder genannt. Ja, was soll's. Ja, nee, aber das ist, ja, große Kaufempfehlung. Absolut. Von euch, Urgemerkt. Ja. Wir bestätigen es nur. Weil wir haben ja auch gleich zugeschlagen dann. Ja, mehr davon. Das ist super. Wenn ihr noch mehr so tollen Tipps habt, dann seid fleißig, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir werden dann verkosten. Aber das ist super gut, wenn es immer so bestens funktioniert. Also ich glaube, da lege ich mir auf jeden Fall auch noch eine Flasche zu. Also ich bin schwer begeistert, wirklich. Ja. Was sollen wir sagen? Die meisten von euch kennen ihn ja scheinbar. Wir waren ja die Einzigen, die ihn nicht kannten. Ja, man ist überzeugt. Absolut. Großes Ding. Freunde von schönen intensiven Scherpisch-Geschichten. Das ist sehr wahrscheinlich euer Whisky, wenn die Verstärke fein für euch ist. Er ist nicht zu süß. Das muss man nicht dazu sagen. Absolut. Er hat eher das Würzige. Auf dem Abgang kriegt er so was, eher so eine würzige Holznote kriegt er halt. Sehr doll. Aber auch nicht zu doll, weil die mag ich heute nicht, weil sie zu intensiv fürchten. Echt schön ausgewogen. Auch dieses Schweflige, was genau auf einem Level wie ich es mag. Voll mein Beuteschema. Aber ja. Bevor wir zu sehr schwelgen. Wir können jetzt hier nicht schon irgendwie Anfang des Jahres, den Whisky des Jahres irgendwie kühlen. Das geht nicht. Aber auf jeden Fall tolles Ding. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Empfehlung. Trotz allem werden wir euch das Video, wegen dem wir den empfohlen bekommen haben, hier nochmal einblenden. Genauso wie eine kleine Playlist. Und können nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es sehr gut gefallen. Und können uns dafür nur nochmal bei euch bedanken. Grüß dich schön. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020